Und wie man vom Level her sieht, es wird ein sehr ausgeglichener Kampf werden. Nein, das stimmt nicht. Ich werde dich vernichten. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren PvP und Dungeon Part zusammen mit meinem neuen Freund, dem lieben... Kiritos! Mit S. Yay, er hat sich's gemerkt. Ja, der Raumname ist auch Kiritos jetzt, also... So, wir spielen mal gegeneinander, 1-0-1. Und wie man vom Level her sieht, es wird ein sehr ausgeglichener Kampf werden. Nein, das stimmt nicht. Ich werde dich vernichten. Ah, okay. Dann weiß ich Bescheid. Lol. Man könnte ja denken, du machst annähernd viel Schaden, ne? Nein. Ahaha, hat geklappt. Boah, wie unfair. Boah, wie unfair. Habe. Oh, was hat das denn? In Gedenken an... Kiritos. Das ist so ein Insider von mir. Immer wenn ich hier hoffnungsdruck runterfallen, kommt er in Gedenken an und dann wird hochgezählt. Äh... Okay. Ich hasse diesen Skil so sehr. Aber der ist so geil. Ups. Wow. Letztlich, Hutter, komm zum Spielen. Boah, Mann. Ja. Das war's. Bin zum Spielen runtergekommen und... Zufrieden? Nein. Da eigentlich hofft, ich konnte dir meine Pistole ganz tief reinstecken und dann abziehen. Also bei Lou. Ne, warte, da hieß die Ciel. Das ist Ciel. Ich meine das Weibchen, sagen wir's mal so. Ah. Das ist Lou. Gut, ich meine Lou, ich will ihr was ganz tief reinstecken. Und nicht das, was ihr schon wieder denkt, die perversen Schweine. Krieg ich so viel MP? Leute, ich habe mich fallen gelassen. Sollte das Schaden sein? Nein. Das war euch kein Schaden. Verdammter Level Unterschied. Ja, liegt nur daran, liegt nur daran. Ups. Tschüss. Nein. Richtig schön mobben. Jetzt war's. Wollte ich erstmal an. Ich werde mich gerade verarschen, oder? Ich werde dich umbringen. Ich werde dich umbringen lassen. Wir sind auch da. Nein. Ich werde deprimiert. Du hast deinen Nemesis gefunden. Oh. Das war knapp. Geht doch. Endlich. Sei still. Ich besiege dich noch. Ey, nach einem Punktestand bin ich viermal so gut wie du. Ach, das stimmt doch gar nicht. Ach, du bist rot, ne? Ich bin farbenblind. Ja, ich muss immer dran denken. Jetzt hat das endlich mal kapiert, Leute. Ich bin hier der Beste. Aha. Of the world. Deswegen war es auch mit deiner GA in der letzten Folge so grandios. Ich bin hot. Yeah. Nicht sterben. So. Kurz die Fliege entfernt. Sie hat mich genervt. Ich will erst mal zielen, ne? Oh, okay. Ich nimm's zurück. Ah, mach ich da. Fuck. Da treffe ich noch dein Schatten. Ich sag, der Schatten ist richtig. Weil er mich vorhin schon gehittet hat. Oh, Mann. Schön nervig, wa? Die Multi-Hits. Die war das gerade eben, dass wir Freunde sind. Äh. Das ist schon wieder gefehlt. So geht das. Ich bin sauer. Ich bin sauer. Boah, das ist... Einmal vorher erwischen, bevor ich sterbe. Nur ein... Nein, ich bin nicht die Kastatur. Komm runter. Ich hab ihn erwischt. Nein. Bei mir auf dem Bildschirm nicht. Oh, hi. Tschüss. Ahahaha. Spielen wir jetzt Katzenmaus? Ja. Okay. Boah, ich hasse dich. Oh, jetzt kriege ich eine. Ist er tot? Nein. Oh. Ach, da. Ich muss gerade überlegen. Wo könnte er sein? Oh, mein Gott. Wie doof, dass du nicht springen kannst, wa? Ja. Oh, mein Gott. Schlimmheitsländer, man. Ah, hör mal auf mit Slenderman, ey. Nein. Ja. Geil. Nein, was darf ich denn? Ähm. Achtmal so gut wie du, laut Punktzustand. Möchtest du nur mal gesagt haben. Das ist keine Bewertung. Oh, wie viel hab ich denn gesprochen? Das ist mir leid, dass ich so rumschreie. Mach ich ihm normalerweise gar nicht. Willst du eine Revanche haben? Ja. Mit einem anderen Charakter oder wieder mit Lou? Ich nehm ein anderes. Willst du mich jetzt mobben? Nein. Ich muss nur gerade meine Schwester herausschicken. Dann hab ich dir nicht wirklich zugehört. Danke. Bitte. Das berührt mich zutiefst. Bin zumindest ehrlich zu dir. Okay. Diesmal werde ich dich wirklich fertig machen. Ja, wenn du meinst. Ja. Okay. Jetzt warte. Ich bin gleich fertig. Diesmal werde ich dich fertig machen. Schon ist er weg. Ach, sei still. Du hast nur Angst. Vor wem? Vor deiner Schwester? Ja. Bei der vierjährigen Schwester? Ja. Vor der solltest du auch Angst haben. Ja, die können feste beißen. Das weiß ich. Ja. Oh Mist, ich bin in Noah's Grab. Warte, ich bin gleich da. 20 Jahre später. Boah, ich mach dich fertig. Jetzt kommt's. Level 50 L-Sword. Und nur Ehrgeiz am Spam. Das stimmt nicht. Okay, 66. Siehst du? Oh, Militärmesser. Will mich ja stechen. Mit seinem kurzen Schwert. Lass es. Anfang. Buh. Oh, diese niederen Geschöpfe werden ausmützig. Hey, das ist doch nicht normal. Ich konnte dich noch nicht mehr berühren. Wie war das mit, äh, gegen deinen Ehrgeiz komme ich nicht klar in der letzten Folge? Hä? Guck mal, ich stehe hier oben. Hier oben. Du musst hoch. Oh. Oh. Leute, das ist, das könnt ihr mir nicht anzuhon. Du wolltest gegen mich spielen. Das war nicht meine Idee. Beide Tastatur spinnt, warte mal. Ach so, das liegt an der Tastatur. Nein, jetzt geht's, okay. Oh wow, du hast mir 500 Schaden gemacht. Yay, ich hab ein Erfolg verliebt. Ah, ich hatte den Ehrgeiz gebrochen, das wurde bei mir nicht richtig angezeigt. Tschüss. Nicht tschüss, du bleibst hier. Äh, kommst du hoch? Ahahaha. Was? Hä? Hä? Was ist das? Äh, das nennt sich Seelensiegel. Habe ich noch gar nicht. Gerade. Wieso fällst du dabei eigentlich immer hin? Ah, Mist. Ja, da hat er mich mal. Mir gewonnen. So, Ceron. Tschüss. Tschüss. Kann ich gleich, dass ich einfach weiter drauf schlage? Scheibenkleister. Ich hab ihn besiegt, ich hab ihn endlich besiegen. Ja, ich bin trotzdem immer noch dreimal so gut wie du. Hahaha, da ist er wieder ruhig. Das ist so unfair. Ja, unfair ist er nicht, ne, das zeugt hier von Können und Nicht-Können, wa? Zum Beispiel, du kannst nicht mit Ehrgeiz umgehen. Ich kann mit Ehrgeiz umgehen. So. Oh. Oh. Erstmal dein Watts los. Komm, das schaffst du. Ich glaub an dich. Jetzt nur dich umwerfen. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Hättest du mich gehabt? Was hättest du mich gehabt? Siehst du, ich hab schon die Hälfte abgezogen. Ja. Mal gucken, wie lange du den Vorsprung halten kannst. Welchen Vorsprung? Oh, steht immer noch 4 zu 1. Gibt's ein Problem? Nein. Lol. Toll. Nein. Da lässt er sich fallen. Oh, Mann. Nervt dich mein Eis-Attribut? Ja. Lol. Ah, Mist. Da war ich zu spät. Bis. Nein. Geh weg. Oh, oh. Geh doch. Oh, er holt langsam mal auf. Ein Wunder ist geschehen. Uh. Ach, auch du fand diesmal ein Erfolgserlebnis, ne? Ja. Wie schön. Ja, sogar sehr. Oh, Scheiße. Ah, wegen den Scheißschwertern ist mein Stun nicht zur Geltung gekommen. Oh. Lol. Du hast es unterbrochen. Ich bin erschüttert. Jetzt geht's mir besser. Denk nur, dass du in Sicherheit bist. Steht 5 zu 2. Ich fühle mich schon besser. Warte. So. Geh 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 Ehhh Geh 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 Gehh Geh 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 Ge jetzt geht die masche los das darf doch nicht wahr sein so dass kein bock darauf es ist nicht peinlich so niedergemacht zu werden vor deinen zuschauern ein bisschen aber das bin ich kein gewöhnlich im pvp gegner wie du sind mir im pvp am liebsten dabei dachte ich immer so schlecht bin ich dann doch nicht ja da hast du dich wohl geirrt mein ehrgeist wo vielleicht schaffst du noch den dritten kill hab eigentlich aufgegeben nimmst du euch schaust du nicht eindeutig schaffst du doch bin ich gleich nur ein bisschen mehr als doppelt so gut wie du kannst ja mit leben ne je nach bringe ich mich um das darf ich leider nicht zulassen wieso das ist moralisch nicht korrekt wie so dauert das so lange weil die mit dem wiederbeleben weil ich dich so oft gekillt habe ich hab's mir schon fast gedacht du wolltest was ich jetzt sage komm schon ist ein problem ja du bist das problem boah mann ist das schon vorbei joo schön soll ich dir noch das witzigste sagen was denn die zeit für die folge ist leider um weil noch ne runde schaffen wir nicht oh ist vielleicht auch besser so ja ich will dich nicht noch weiter deprimieren ja danke du bist ja jetzt mein neuer freund freund ja schnuggi ich mein dich so dann würde ich sagen beenden wir diese folge hier ne es hat mir spaß gemacht diesen luschen abzuziehen geht mal auf seinen kanal er ist richtig korrekt abonniert den falls ihr es noch nicht gemacht habt wir sehen uns in der nächsten folge willst du noch was sagen ich werde trainieren ich werde stärker werden und dann werde ich dich ficken darauf verzichte ich gerne aber gegen mich kämpfen darfst du jääh